die wild lion im schwarzwald bad wildbad wie hoch ist das in der spitze 60 meter 60 meter geht das runter das ist natürlich wahnsinn wir probieren das aber sollte klappen wow krass das ist ja was hier also los geht's los geht's los wichtiger hinweis ach einmal eintreten ok schauen wir uns das mal hier an los geht's los wir probieren die wildline im schwarzwald bad wildberg naja also ich schaue einfach besser nicht runter dann geht's schon also wirklich da haben wir noch hier den schönen schwarzwald hier ah wow ok ok boah ist schon heftig also schatz ok ok oh wow oh je wow nein ja dann du gehst dann auf dem rückweg voraus und machst von vorne wenig lauf 60 meter jetzt immer am höchsten punkt oh ja ich laufe jetzt einfach mal drüber wow im schwarzwald die wildline ok jetzt stehe ich einfach mal jetzt bin ich so am höchsten punkt oder nahezu die wildline ich bleibe einfach cool hier 60 meter über null ich bleibe einfach hier in der mitte stehen dann geht das ganz gut ich bleibe einfach hier in der mitte stehen von der brücke dann geht es ja vielen dank das war das hatte jetzt wieder gepasst hier schaut mal wie sie das saftige grün im schwarzwald haben wir es geschafft wir stehen mittig ja jetzt habe ich mich auch so dran gewöhnt ich will mich jetzt nicht ans geländer lehnen oder so aber hier 60 meter die wildline schauen wir mal hier nochmal runter wie der hier schon ordentlich runter geht hier freunde wow 60 meter sagen wir mal hier ja jetzt geht's jetzt geht's ja mal hier abwärts schaut euch das mal an die freunde die Wildline im Schwarzwald. 60 Meter. Was mache ich hier eigentlich? Sind wir nicht mehr? Okay. Lass mich raten, das geht nachher wieder zurück, oder? Ich glaube nicht, dass wir nochmal. Wow. Doch, doch, das geht nochmal zurück. Das stand auch an dem Schild dran. So, machen wir nochmal hier. Bad Wildbad. Im Schwarzwald. Hier kam der ja. Unglaubliche Impressionen. Sieht doch echt noch cool aus von oben da, diese Kugelperspektive mit den Bäumen. Ja, krass, gell? Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Oh ja, jetzt wird es auch entspannter wieder. Ja, okay. Also hier Mutprobe für Mutige. Die Wildline im Schwarzwald. Hier in Bad Wildberg. Bad Rittenberg. Jaja, das macht Aua. Ach, okay hast du dann. Haben wir es. So gut wie geschafft, he? Ja. Ein geiler Ritt. Nur zu empfehlen. Ach, da ist nicht. Da ist auch noch eine Kamera hier. Ja, hier äh. Aber wir haben es absolviert. Die Wildline. Hier im Schwarzwald. Bad Wildberg. Schön war's. Schön war's.